Ich arbeite hier gerne, da es sehr selten Intensiv-WGs in der Umgebung gibt. Und wenn man hier immer Unterstützung hat von Kollegen, man ist nie allein. Wir haben ganz tolle Patienten, muss ich immer wieder sagen. Also unsere kleine Außentour ist herrlich. Drei von den vier Patienten sind seit den drei Jahren hier, wo ich hier bin. Das ist ja auch immer so ein Feedback für unsere Arbeit, dass das alles so funktioniert. Man hat keinen Zeitdruck, man hat wirklich sehr viel Zeit für die Patienten. Man kann wirklich auf Wünsche total eingehen. Dieses familiäre, gerade in der Intensivpflege, dieses Miteinander mit den Patienten, mit den Angehörigen, dieses untereinander, muss ich sagen, ist sehr schön. Wir verstehen uns untereinander super gut, wir können super gut untereinander absprechen. Also ich finde ja unser Team sehr angenehm, weil wir sehr durchwachsen sind. Also erstmal schon, was die Altersklassen angeht. Wir haben uns mittlerweile ein sehr festes Mitarbeiterteam aufgearbeitet. Wir haben viele Auszubildende mittlerweile. Warum ich mich hier sehr wohl fühle, weil wir eine sehr gute Scheffeltage haben. Ich meine Weiterbildung bekomme, die ich möchte. Ich bin so sehr wissbegierig und das kann ich hier gut ausleben. Die erste Firma, wo ich sagen kann, da fühlt man sich auch wohl, da ist man nicht irgendwo eingegrenzt. Ich zum Beispiel in meiner Position kann mir meine freie Zeit, die Bürozeit einteilen, kann Homeoffice machen, kann aber auch hier arbeiten. Also ich fühle mich hier fernblohnt, also ob das die Zuschläge sind, ob das die Zusatzleistungen sind, wie jetzt mit den Teamleitungspositionen oder so. Ich fühle mich hier sehr wohl, weil ich hier sehr viel Unterstützung habe. Ich kann auf die Menschen eins zu eins eingehen und Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen. Ich kann auf die Menschen einschätzen. Ich kann auf die Menschen einschätzen. Vielen Dank.